Hi, ich bin Tukumbo. Ich bin Sängerin und Songschreiberin. Vielleicht kennst du mich von meiner ersten Band Talk 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 oder von einem meiner letzten beiden Alben, Queendom Come und The Swan, auf denen ich meinen ganz eigenen Folk-Noir-Stil erfunden habe. Eigentlich hatte das letzte Jahr vielversprechend begonnen. Mein letztes Konzert war mit der NDR Radiophilharmonie und ich hatte gerade den International Acoustic Music Award als Best Female Artist gewonnen. Vor mir lag ein Tourplan mit internationalen Konzerten. Was dann kam, wissen wir. Als die ersten Konzerte abgesagt wurden, gründeten zwei befreundete Musiker und ich die Initiative Airplay for Artists, mit der wir viele unabhängige Künstlerinnen und Künstler ins Radio bringen konnten. Und ich beschloss, das Jahr zu nutzen und mein neues Album zu schreiben. Als Mutter im Lockdown eine ziemliche Herausforderung. In jeder freien Minute zog es mich mit meiner Gitarre und meinem Notizbuch in unser Gartenhäuschen. Und schließlich konnte ich das Album mit meinen beiden Produzenten und Bandkollegen Ulrich Rohde und Matthias Meusel zu Ende schreiben. Und jetzt, da die ersten Demos auch aufgenommen sind, möchte ich ins Studio gehen und mit der kompletten Band das Album aufnehmen und in die Welt bringen. Auf dem Album stelle ich eine neue Facette meines Folk-Noir-Stils vor. Leicht, filigran, verspielt. In einer Zeit, in der wir auf uns selbst zurückgeworfen sind, wollte ich ein Album voller Lebensfreude und Zuversicht schreiben. Meine Songs sind wie Kurzfilme. In meinen Geschichten schaue ich durch Schlüsselloch und gehe mit der Lupe ganz nah ran. Die Kompositionen sind auf diesem Album stark beeinflusst von der Kunst der großen Songwriter der 70er Jahre, wie den Carpenters und Carole King. Komm mit auf die Reise und werde Patin oder Pate meines neuen Albums und ich nehme dich mit hinter die Kulissen der Produktion. Hinter mir steht meine großartige Band, mit der ich seit nunmehr neun Jahren zusammenarbeite. Ulrich Rohde an der Gitarre und Matthias Mäusel am Schlagzeug, die mit mir auf die Suche gegangen sind nach dem Klanggewand für die Songs. Christian Flohr, der schon auf den letzten Alben den Bass gespielt hat, und die Multi-Instrumentalistin Anne de Wolf, die mit ihren Streicherarrangements den Sternenstaub auf die Songs zaubert. Ebenfalls wieder mit dabei ist unser Toningenieur Mark Ebermann, der den Klang veredelt, so dass Vinyl- und HiFi-Freunde wieder voll auf ihre Kosten kommen. Nun hat Qualität ihren Preis und ich möchte meine Band und mein Team fair bezahlen. Nicht nur Studiokosten, Honorare und Artwork, sondern auch Vervielfältigungskosten müssen abgedeckt werden. Und damit die Musik so viele Menschen wie möglich erreichen kann und meine Songs ins Radio kommen, das Album in der Presse besprochen wird, braucht es natürlich auch ein kleines PR-Team. Ein Teil dieser Kosten werden vom Startlevel des Crowdfundings abgedeckt und die gute Nachricht ist, die Vinyl-Ausgabe wird sogar schon von einem wunderbaren Album-Paten finanziert. Alles, was über das Startlevel hinausgeht, fließt in die Produktion von Musikvideos, die es für die Verbreitung eines Albums auch braucht. Schau dich also um unter den Dankeschöns, die ich zusammengestellt habe, zum Beispiel die Vinyl-Schallplatte mit Widmung, ein persönlicher Geburtstagsgruß oder sogar dein privates Livestream-Konzert. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Du ermöglichst mir, als unabhängige Musikerin weiter mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die mich inspirieren und beflügeln. Und jede Unterstützung und jedes Teilen ist willkommen, damit so viele Menschen wie möglich meine Musik kennenlernen können. Gemeinsam sind wir mein Label. Musik Musik Musik